Ein Ford Transit Sustum ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partygefilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. G nic, 3-Chin 1000 Ford auf Lager. Größteкі. Bis dann! G sus. Bis zum nächsten Mal.